Gimmick, 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 Folge 103 und Franklins Missionen, herzlich willkommen zurück, yeah! Wir machen jetzt Franklins Main Story weiter. Und zwar geht diese hier bei seinem Haus natürlich los. Oh, hier steht natürlich schon unser Ultra-Super-Super-Wagen. Den sollten wir dann auch einfach mal dort lassen. So, können wir uns noch umziehen, weil irgendwie, finde ich ja, sehen wir ja nicht dementsprechend aus, als könnten wir hier eine gescheite Mission starten. Die fängt auch direkt an, in der Umkleide. Ah ja. Na dann. Hallo? Darf ich mich umziehen? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Muss man wieder ein bisschen den Stil zurückbringen. Nein, eigentlich, eigentlich müsste er doch mittlerweile, ja. Ja, 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 der schwarze James Bond, so stelle ich mir das vor. So, dann wird das draußen starten. Oder ganz oben. Wohl eher oben, oder? Hey, Chop, was geht denn? Alter, kackst du hier gerade hin? Du kleines Mistvieh. Ah. Screw you. Na gut, dann gehe ich eben nach oben. Und starte die Mission. Und ärgere mich nicht mit irgendwelcher Scheiße von unserem Mund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lamar am Boden. Oh, man. Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He's just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit. It works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Well, what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You got to help him, Franklin. Man, that shit is old. Oh. I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you got to marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life, I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me. Not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. Oh, man. Oh, der gute alte Hutschdreit, Polito Bay, alles klar, dann schmeiß ich mich mal auf unser Motorrad und wir fahren da rüber. Sind ja nur 7,4, 5 Kilometer. Franklin, what's up? Hey, man. I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he near Polito Bay had some sawmill with some balling. Could you like to do some computer magic and look into it? Is that possible at all? It should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. Well, I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them, it's for me. And it's serious. Thanks, man. Okay, also, ich hätte gedacht, dass wir die anderen auch noch mit an Bord ziehen. Ich hätte jetzt echt gedacht, das machen wir alleine, aber gleich mit Michael und Trevor. Sehr interessant. Vielleicht kommen sich Michael und Trevor ja dann doch nochmal ein bisschen näher bei diesem, ich nenne das jetzt mal Einsatz. Ja, für den guten alten Lamar fahren wir natürlich nochmal raus in die absolute Pampa. Naja, aber was muss, das muss, ne? Family und so. So, schauen wir mal, dass wir hier möglichst schnell hinfahren können. und ob Michael und Trevor auch wirklich kommen. Klingt aber tatsächlich nach einem irgendwie größeren Ding. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt hier auch gleich zu einem richtigen Krieg kommen könnte zwischen den Ballers und uns. Fände ich nice, wenn wir da jetzt einfach mal die Ballers auslöschen, 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 löschen würden und dem Ganzen irgendwie so ein kleines Ende bescheren. Das wäre cool. Schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Sind ja gleich da, Gott sei Dank, geht Autobahn fahren. Immer, immer, schnell, schnell. Solange ich natürlich jetzt nicht noch sterbe, weil ich mich fürs Motorrad entschieden habe. Ja, was ist denn hier für eine Gang am Start? Ich fahr mal ein bisschen mit euch mit, wa? Vor allem, weil er halt wieder keinen Helm aufsetzt. Mensch, Franklin, ist doch gefährlich. Kennst meinen Fahrstil doch, da bist du mal ganz schnell, dann liegst du da an irgendeiner Ecke. Bisher sieht das ja ganz gut aus. Nachbord ist genauso gefährlich, da brauche ich gar nicht erst umsteigen. Dieser Pi bin ich mal gestorben, ne? Ja, hat es mich dann mit dem Kott geschmissen vor der Brücke und dann war ich tot. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Waren wir auf dem Weg zu irgendeinem Rennen, glaube ich. Das dürfte aber schon wieder ein bisschen länger her sein. So, hier bin ich jetzt natürlich nicht gerade mit der Westmaschine unterwegs. Habe ich gerade ein Geländemotorrad. Das bräuchte doch eher De Sanchez. Aber es geht schon. Wir kommen schon vorwärts. 1,6 Kilometer sind es noch. Außerdem genießen wir hier diesen Sonnenuntergang. Das kommt auch ganz cool. Ja, das ist schon besser. Aber wie wir auch langfahren. Ganz großartig. Ich weiß, man hätte sich auch ein Taxi rufen können für die 7 Kilometer, aber ich weiß nicht. Ich genieße das Fahren immer noch. Ist einfach alles so schön gemacht und ich weiß, dass wir uns dem Ende... Boah, ich sehe hier gerade gar nichts. Und dass wir uns dem Ende nähern. Deswegen, warum nicht nochmal solche Strecken fahren? Ein bisschen genießen. Oh, jetzt glaube ich mal hier gleich richtig viel Müll. Oh, oh. Ich dachte, ich könnte hier abstürzen, aber... Oh, 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 langsam, langsam, Franklin, langsam. Oh, schön im Tunnel gelandet, aber gar nicht mal so schlecht. Wir haben auf jeden Fall abgekürzt. Hey, Traum Michael sind da. Why'd you invite this Stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, we'll talk to shut the fuck up. Now, let's take a look at this place. Ich hab so hart anzugat und die beiden sehen voll scheiß aus. Oh, fuck. The place is crawling with ballas, you know? Now, me and you, we don't mind the old gang warfare, but suede bucks over there. Woohoo. Yeah. Tell Trevor, I said, bite me. Man, I said, shut up. Now, I see the weaver, where the fuck is Lamar? Oh, shit. There you go. You know, tell Trevor, I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Ach so, flüssiger Wechsel zu Trevor? I run towards it. Der hat Bock. Der hat Bock, der möchte direkt rein und alles niedermetzeln. So, einen Angriffsweg wählen, aha. Drei Möglichkeiten, ich werde den Weg mit der Planierraupe gehen. We don't want him to know we're here until we want him to know we're here. Uh, okay. You're the expert in springing attacks on the unsuspecting. I got this bulldozer should make an impact. All right, my turn to move. Hey, I got a good vantage. I'll see what I can do up here when the time comes. We might stand a better chance if we come at him from two angles. Maybe. eigentlich ungünstig, dass es gerade Nacht wird. Ähm, ja, ich werde als nächstes, ich werde nicht von vorne gehen. Ich möchte das Feld von hinten aufräumen. Ich könnte rein theoretisch auch mit Trevor dort bei der Planierraupe sein. Aber das wäre natürlich zu einfach. Wir werden den hinteren Weg bei der Bahn gehen. Wie komme ich denn da am günstigsten hin jetzt? Einfach nur hier hoch, okay. Nein, tun wir nicht. Sorry, Trevor. Ich werde den hinteren Weg gehen. Dann kann nämlich Michael sich vorne um alles kümmern. Trevor versucht den rabiaten Bulldozerweg und Franklin räumt von hinten auf. Problem ist, dass man halt absolut nichts sieht, ne? Aber es sollte funktionieren. Das hat schon mal gut geklappt. Ich habe es schon mal gut von hinten überrascht. Ich finde es einfach so geil, dass sie dass Michael und Trevor halt auch einfach richtig schön agieren und ihr Ding durchziehen. Jo, Trevor hat definitiv Bock. Oh, fuck. Ja, das Problem ist halt, dass es einfach fucking dunkel ist. Ich kümmere mich drum. Oder auch nicht. Oh, schön geflogen, aber ja. So viel zum Thema. Hatten Raketenmeer. Ich glaube, ich hätte auf Michael wechseln sollen. Der hätte ihn dann mit dem Sniper ausschalten sollen. Da war ich nicht clever genug. Oh, nicht wirklich. Ich muss jetzt wirklich nochmal... Boah, wirklich? Das kann ja nicht deren Ernst sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Das ist echt beschissen. Nach der Bestätigung hätte... Ja gut, natürlich, falls man sagt, ja, ich habe es falsch gemacht, kann man sich nochmal ausruhen. Ich hatte es auch... War auch gar nicht so schlecht gewesen. Bis auf den Rocket Launcher, da habe ich nicht so mitgerechnet. Haben ihn halt auch nicht gesehen. War einfach zu dunkel. Autsch, Trevor. So, der Mann. Ganz klassisch bestätigt. Wo kann ich nicht einsteigen? Oh, wirklich? Ich kann nicht einsteigen? Ne, dann mache ich es anders. Ich habe keine Lust zu laufen. Dann machen wir den vorderen Weg. Da laufe ich nicht hin. Dann räumen wir hier einfach ab. Hier ist zwar definitiv mehr Action, aber kann ja auch nicht schaden. Eigentlich könnten wir doch auch ganz klassisch hier ein bisschen aufräumen. Na, wie schmeckt euch das, ne? Boom! Ey, dich habe ich gesehen. Versteck dich jetzt gar nicht. Oh, ich habe ihn erwischt, ne? Ich habe ihn erwischt. Ich glaube, hier gibt es schon gar keine mehr, oder? Ah. Gut. 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 Du hörst mal auf zu schießen. Da komm her. Da oben. Da oben. Wenn er sich da einfach hinsetzt, der Wichser. Wie du lebst noch. Fuck you. Sonst sehe ich jetzt hier keinen mehr. Und vorwärts. So, da halten sie Lamar, oder? Ja. Jawohl. Das schaffen wir schon. You're lucky, we're not taking your pot, too. We're not taking your pot, but we'll leave you the way. Das werden wir jetzt gar nicht wieder. Oh, shit. Das war's gar nicht wieder. Hey, Trevor. Okay, Lamar, los geht's. Let's go. Cut your losses. Let us go. You gotta be the hardest motherfucker to kill in the city. That's so because of the company I keep, nigga. Here come the rest of them motherfuckers. We'll take Lamar, but we'll leave you the way. Fress das. Wichser. Boom. Sehr schön. Tanisha want to get with me, homie. That's why you down here, nigga. Nigga, not wanting you dead don't mean she want to get with your ass. Maybe you should want me dead. Eliminate the competition. Trevor? I'll take Lamar. Hey, I'm heading out. Thanks, sneaky dude. I still ain't met your ass. All right, you two. Go. Go, 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 go. Oh, okay. Let's go. T, call me, dog. I'm gonna come up to the unicorn to get horny on your office supply. Tja, das lief doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wer hätte gedacht, dass die Front... Oh, jetzt fahre ich falsch. Jetzt fahre ich hier wieder zurück. Äh, dass die Frontalmethode am besten ist. Bitches got to jump on me, though. How'd it get you to come all the way out here? Man, I ain't feelin' let a little drive stand in the way of a money-making opportunity. Or a get-killed opportunity. Man, you always a peasant. Nah, nigga. A real easy. Because in reality, all them fools wanna clap your ass. Man, what a trust that, dog. I peeped out that wood-chopping place when we was up this way on that Devin-Western car lift. Which I... I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretching me up. I'm like, yeah, that's the perfect place to buy Kush by the missing. Nigga, perfect place to clap some fool you beefin' with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap you. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Man, you sure? Because I'm sure there's been a few times... No, I'm completely 100% sure. Every time, nigga. Whether you buying drugs, selling drugs... What? Uh-oh. 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 Wow. I'm discussing drugs. Talking about the weather, whatever. Man, these streets are hard, dog. This is the hood you talking about. Maybe you forgot, since you've been, uh, bettering yourself, sitting in that house on the hill, looking down on the animals in South Central and shit. Man, you know it ain't like that. Motherfucker! Do I, my nigga? Because that's the way it looks to me. I'm making the best out of what I'm giving. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got... And we gonna do something about that, dog. Trust me. Shit! Trust me. Man, I ain't got people teaching me that white-collar crime shit. Ain't shit changed for me, and you ain't helping. Ain't helping? What the fuck you call this? Yeah. You, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Four of them gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? Man, I was doing everything on my power to make sure you wasn't clapping. I can make sure I ain't clapping. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And as a matter of fact, if you do come, don't bring them dudes. Man, look, let's not talk next time. Next time don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, Stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You show Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dog. Since after we went to the recycling place and D and them ballers tried to take us down. Man, but Stress put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Aight, aight, but tell me this, though. If Stress was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He'd go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on a lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Ripping us off was probably Stretch's ideal anyway. Stretch's ideal anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowin', man. Maybe. Man, Stress got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stress sends you out there where they doin' a good deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting into shit and FC wasn't getting him out of the hut. You know what I'm talking about? Man, I don't know. Oh, my dear Shoggy, so there's a lot of what's going on. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dog. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like, shit, shit, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shitted yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they send an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to. Woo-hoo-hoo, nigga. So I guess, I guess what we learned is, nigga don't think it ain't no fun to be half fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga. You know your nigga out here doing B.A.D., man. Why don't you slide me a few dollars or something, you know what I'm talking about? It's hard out here in a second. Oh, shit, my nigga. That's nothing. Shit, nigga. I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying? Leaving the street niggas in the back. But damn, man. Way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess it's payment for all the work a nigga put in before you get in them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce and a bucket of chicken on the way to the poor house, huh? Man, don't be like that, dawg. Because number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours are trying to get us killed, I saved you, dawg. Well, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking front room. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-free nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Well, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, eff, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I'll hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in a turf, nigga, if you remember what that is. Whoa! What's up, playa? Nah. Man, I don't know y'all. We done, man. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture. Oh, me. Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this, then. Man, get Michael to do it. Me and Trevor are cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Fuck. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Flossing-ass nigga. What the fuck? Oh man, nur 16 von 8 Kopfschüssen. Verdammte Scheiße. Okay, also erstens, krasse Mission. Wie kann man nur so undankbar sein als Lamar? Ich versteh's nicht. F, mein Vater ist doch kein komplettes Arschloch. Ich geh zur Premiere seines Films. Krass, alter. Treff ihn beim Ponson Boys, damit er sich nen Smoking besorgen kann. Yo, Jimmy, mach mal. Das ist James DeSantis Personal Line. If you've received my resume by email and would like to discuss how my combination of street smarts and book knowledge can improve your business, please leave a message. Das ist ja süß, wie er sich jetzt hier wirklich bemühen will, einen Job zu kriegen. Sehr nett gemacht. Oh mein Gott, aber haben die jetzt gerade wirklich verlangt, dass wir Trevor töten sollen, oder was? Ich kacke ab. Auf jeden Fall, die Mission ist klar. Wir sollen mit Michael weitermachen. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von GDL5. Wir sollen mit Michael weitermachen.